Hi! Hallo! Worauf wir eigentlich hinaus wollten? Wir gehen live nachher um 18 Uhr Auf Marlenes Account Wenn es das dann klappt Ich hab ein neues Handy gerade bekommen Sonst gehen wir bei Ronja live Aber ich denke wir gehen bei mir live Marlene von Appen Um 18 Uhr Wir melden mich mit deinem Account Also auf jeden Fall Marlene von Appen 18 Uhr Schaltet ein, wir nehmen die letzte halbe Stunde wieder Leute mit rein Also es werden aber 6 Leute Also wir werden immer nur 5 Minuten mit einer Person machen Damit halt dann 6 Leute reinkommen Und wir freuen uns auf alle die Anfragen Wir können leider nicht immer alle dran nehmen Aber dafür machen wir ein paar mehr dann Und wir freuen uns und wir haben natürlich In Hamburg nur dazu Wenn sich hier jemand beschwert Wir sind nicht auf Hate House Weil in Hamburg darf man sich jetzt nicht treffen Also wir machen hier nichts Illegales Bitte bleibt aber auch dabei die Regeln trotzdem einzuhalten Ja Genau Tschaui Das ist nicht how I'm random.